Willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch meine eigene Map zeigen. Und ich habe einen Gast. JenniferB13 ist ihr Fortnite-Name. Sie ist meine Mom. Und ja, sie ist auch die TikTokerin JenniferB13. Und ich bin ihr Sohn. Albi Warte. Albi White. So, Namen vergessen mal kurz. So. Und das ist meine Map. Warte, ich flieg mal mit Ufo hoch. Mom, willst du auch mit? Okay. So. 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 Sorry. Genau. Hey! Hey, bitte, Mom. Schieß mich doch nicht ab. So, sind wir hierher angekommen. Ich muss da noch eine kleine Sache erledigen, damit ich meine Map-Ronde nicht vorstellen kann. Ich muss da noch eine kleine Sache erledigen, ich sehe, dass die Körbegut, ich sehe, dass die Körbegut. Ich sehe, dass die Körbegut. Ich sehe, dass sie sie in deníben. Ich sehe, dass sie auslos sind. Ich finde sie genau an, ich bin alert. Fertigte mich, ich bin in meinem Vision. Ich bin mit einem Butter-Shirt. Ich versuche, dass sie nicht auszusetzen. Ich versuche, dass sie nicht auszusetzen. Ja, 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 ja. das war die vorstellung ich hoffe ihr fandet sie gut genauso gut wie ich um auf diese map zu können müsst ihr erstmal mein epic freund werden ihr könnt mir einfach ganz normal eine einladung schicken ich nehme wenn ich eine sehe nämlich sehr an außer ich habe zu viele dann nicht und ja dann müsst ihr dann gehe ich einfach nur auf den creative modus dann müsst ihr nicht in den goldenen rift sondern in den anderen rift um auf meine map zu kommen so ist das resultat ich hoffe ihr findet die map genauso geil wie ich weil du mich vorher angeschossen hast bzw mein ufo gibt jetzt ein kleines bettel hier sind glaube ich ja mann ist pampel im spiel so dass hier so verbesserte habe das jetzt aufgepasst sloans impulsgewehr hatte falsche waffe ich hoffe ihr findet immer wirklich genauso geil wie ich mal man kann ja machen was man will es gibt sogar eine möglichkeit sich zu verstecken dieser unzerstörbare lambo hier der ist nämlich richtig geil ich würde sagen ich habe das bettel gewonnen das soll es vom video gewesen sein bis zum nächsten mal ich bin raus euer albi bis zum nächsten mal